Leute, kann es klappen? Kann Kaiserslautern die Sensation holen oder beendet Leverkusen tatsächlich die Saison ungeschlagen, auch im Pokal? Das und viele weitere Fragen beantworten wir jetzt bei einer Runde FC. Dann gucke ich doch mal, ob ich mit Kaiserslautern irgendwas reißen kann. Und moin auch von mir, ich habe die wunderschönen Leverkusen, ja, da kann ja nichts mehr schief gehen. Ja. Die Atmosphäre hier im Stadion ist jetzt schon überragend. Ich bin sicher. Lacka, lacka. Lacka, lacka. Lacka, lacka. Lacka, lacka. Gute Aktion. Noch nicht mal einen Ball, Herr Pippkern. Und da sehen wir die heutige Auffällung von Bayer Leverkusen. Im Tor sehen wir Lukas Radetzky. Edmond Tabsoba spielt mit Jonathan Tah in der Abwehr. Und vorne setzen sie in diesem Spiel gleich auf drei Stürmer. Oh. Mal nicht hochkommt, die Flanke. Wer wird heute die wichtigste Spieler sein? Viele vermuten, dass für alle Florian wird... Ah, Moment, jetzt knallt's gleich. Hä? Stark verteidigt. Macht der Bonnie-Face da, Alter. Ähm, hallo? Hallo? Aber jetzt kommt doch noch der Pfiff, wird Freistoß geben. Er hat den Ball. Gute Aktion. Ach du Schande. Ja, das wird jetzt ein richtiges Gacka hier. Nein. Wird es nicht. Hofmann. Abseits. 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 Gott sei Dank, Leute. Wir wollen auch die Spannung haben hier. Das ist 20. Minute Spannung. Hey. Er hat den Ball. Und das könnte jetzt eine Chance geben. Hey, sag ich. Ja, mit viel Übersicht. Alter, Krall. So, Tor jetzt. Ecke. Ecke kommt's. Ja, da ist er. Ach, Krall, Digga. Ach, Krall. Da fällst du ja selber ins Tor. Alter, Schwede, ey. Ja, Schwede, ey. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Was war das? Weiß ich nicht. Klasse Balleroberung. Das war natürlich ein toller Zweikampf. Ah. Ja. Sie gehen dazwischen. Da setzt er sich gut durch. Wo ist der Bau? Ja. 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 Aber das ist ja jetzt wieder Spannung hier im Pokalfinale. Wenn's mal Schluck Tomaten sagt, ne? Ja. Ja. Mobilgel. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für Sie. Oh, ho, 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 ho. Wir stehen jetzt hier. Der Zweistoß für Leverkusen. Was war das denn da? Oh, ja. In den freien Raum. Oh, ho, 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 ho. Ach, na, Ach, na, Ach. Ich lache. Da hätte er mehr draus wagen können. Stattdessen gibt's jetzt Torabstoß. Naja, kein guter Ball. Ach, komm. Da wäre vielleicht Platz für Leverkusen. Gut verteidigt. Die Reingabe abgebrochen. Da muss er sich erstmal schütteln. Hofmann. Das macht er sehr gut. Aul. Klasse. Durch den Vorteil gerät das Spiel, nicht den Stock. Ach. Oboku. Es gibt Einwurf. Abseits. Leute. Leute, der stand zwei Meter abseits. Haben auch alle Leute in den Arm gehoben. Nur der Schied jetzt wieder nicht gesehen. Die Führung der Leverkusener nun also schon drei Tore. Deutet also vieles oder vielleicht sogar alles auf einen Sieg hin. Jetzt. Flakke kommt. Kann doch gefährlich werden wäre wie der andere. Diese vielversprechenden Aktion. Pressing jetzt. Leverkusen. Leverkusen. Zu viel gepresst da, ey. Leverkusen. 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 Händen mal abgeschossen auf meine Verteidiger. Was ist denn da los? Klar, das gibt hier Einwurf. Oha. Abgeblockt. Chance zum Konter. Ja, war letzter Mann, ne? Der hat durch gewesen, ne? Leverkusen. Leverkusen mit dem Foul. Das ist ein Freistoß. Ball bleibt hängen. Wo läuft der denn ganz hin da? Und in die Luft und läuft erst mal fünf Meter zu weit. Mann. Aber krass. Eieiei. Da muss er hin und holt sich den Ball. War nicht da hin. Ohohohoho. Deswegen wär der ja fast aus der 2-in-Liga abgestiegen, ey. Nur eine Minute noch nach Spielzeit, dann ist hier Schluss. Ah, bei drei Toren kann man das auch mal machen. Da wäre vielleicht Platz für Leverkusen. Da ist der Block, aber da müssen sie... Und das ist jetzt mit einem Minute nach Spielzeit. Ja, da kann doch mal klingeln jetzt. Ecke kommt rein. Oh. Oh, die Köln-Leverkusen, ey. Das ist ja ganz schlimm, Leute. Ganz schlimm, was hier passiert. Eieieiei. Ah. Ja. Der Klassenüberschieb, den spürt man heute. Sie hatten natürlich die Chance, diese Szene zu unterbinden, aber... Ja. Du hast mir vorgelegt, ne? Und dann darfst du dich nicht wunderbar nennen. Boah. Das war dann schon eher eine Einladung. Ja. Fing mit dem Eigentor an. Oh, oh. Und ging wieder weiter. So, jetzt geht's los. Die große Aufholjagd. Die große Aufholjagd. Die große Aufholjagd. Hm. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Ja, ja. Wer jetzt? Ja, ja. Den Ball hat er. Ja. Die haben aber auch null Chance, sich irgendwie körperlich durchzusetzen. Guter Pass. Flank abgeblockt. Dann sind die auch alle viel zu lang. Huhuhu. Ja. Ballverlust jetzt erstmal. Jetzt gibt's Hackengas. Oh, die kommt nicht mal rein. Das ist doch einfach nur noch schlecht. Ja. Ja, also, äh. Ecke kommt lang. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Das wäre die Chance für den Konter. Haul. Egal, das darf man nicht. Ach. Guter Befreiungsschlag hier. In den freien Raum. Ja. Nur leider ist er kein Spieler. Letztlich bleibt dieser Stallpass dann doch hängen. So. Und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Ja. Eine Riesenchance. Sehr gut gemacht. Die Gefallen vorbei. Oh, da hast du hübsch machen. Alter. Ja. Er läuft doch nicht mal los, Opoku, ey. Das einzige, was er kann, ist eigentlich Speed und er kann gar nichts da. Da ist jetzt Platz. Witz! Erstmal gehalten. Denn du, 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 du. Das war mal, ne? Und damit war es das erstmal da hinten. Da muss schon mal zum Ball gehen. FB, der Rode Kade, letzter Mann Alter Och man, ihr seid doch alle zu schlecht Um Ball anzunehmen, ey Na, Chaka mit dem Kopfball 1,35 Meter Das sieht gefährlich aus Abgebrockt weiter gefährlich Ach, warum nicht mal das klappt Das ist noch bitter Heftiger Schild, ey Wo denn jetzt? Weitere Eckball für sie So, war es ein Pokalfinale Was sagt ihr? Verdient? Unverdient? Och man Ja, ja Ist okay Sie holen sich hier den Ball So, die letzten 15 Minuten jetzt Jetzt kann es eng werden Ballgewinn durch dieses frühe Sturl Och mein Güte Oh, wie war es Ein für die Ehre jetzt hier Schönes Ding Da schauen wir uns Die Entstehung dieses Treffers Der gute Pass Und dann sehen wir Es wird eng Es ist kaum Platz da Aber er setzt sich Trotzdem durch Exzellent Fangen wir nochmal an zu wackeln Den Pass eigentlich abbrechen Hat er das nicht gemacht Halt ihn halt fest, Mensch Ja Ne, 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 ne Oder Falser Flanke kommt rein Ja, jetzt schon eine Trüte Das ist kein Ball Der ist Ja, jetzt schon eine Trüte Bei mir Gut zu sehen, wie sie Druck machen Ja Und jetzt ein Freistoß gegen Bayer 04 Sie bieten sich an Oh, das war wichtig Wenn der Ball ankommt Dann wird es hier gefährlich Entschuldigung, Leiner Asi Geh doch bitte Zum Häh Gut dazwischen gegangen Ohmjagdäger Ja Einwurf Ohja Ja, nein Einfach nicht genau genug gezielt Da fehlt einfach die Konzentration Ja Da setze sie gut ein Was macht er jetzt? Versuch das Bellupfer Tester Mann Kein Tor Die Gefahr ist bereinigt Das Vorchecking ist da Nachspielzeit ist angezeigt Es gibt noch eine Minute oben drauf Geh weg da Ja, das habe ich gewonnen Ja, das hat leider nicht gereicht Vernaudern Ein Tor für die Ehre Da bin ich ganz zufrieden mit Und dann passt das Und Leute Wir hoffen, es hat trotzdem Spaß Auch wenn es ein bisschen einseitig war Mega Wir sind es beim nächsten Mal Finale gewonnen Und das heißt Das 53. Spiel Ohne Niederlage Ganz toll Also überragend Haut rein Leute Bis zum nächsten Mal Tschau Liebe Grüße nach Leverkusen Tschau